Uh! Und zwar Änderungen, Let's Play, Kurz-Let's Play. Ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht und in der Vergangenheit habe ich mich das ein oder andere Mal dabei ertappt, wie ich gedacht habe, eigentlich blöd ist, dass das jetzt ein Let's Play ist, weil zu diesem Let's Play mache ich bestimmt nicht mehr so viele Folgen, das wäre eigentlich eher ein Kurz-Let's Play und dann hat es halt als Let's Play angefangen und dann machst du da auch kein Kurz mehr davor oder man hat ein Kurz-Let's Play gemacht und gedacht, boah, da könntest du eigentlich noch ein paar Folgen mehr zu drehen und ja, weil diese Überlegungen immer wieder mal Bestandteil meiner YouTube-Laufbahn waren, habe ich mir überlegt, dass ich das einfach komplett sein lasse, Let's Play oder Kurz-Let's Play zu unterscheiden. Ab sofort ist alles auf meinem Kanal Let's Play, außer natürlich die Spielvorstellungsvideos, aber da sind schon eine Weile keine mehr gekommen, aber bei den Let's Plays gibt es nur noch das eine und ob ein Let's Play jetzt dann eine Folge hat, nein eine nicht, aber ob ein Let's Play jetzt dann vier Folgen hat, fünf Folgen hat oder 50 Folgen, das ist völlig wurscht bei mir, heißt alles Let's Play, kein Kurz-Let's Play mehr. Ähm, letzten Endes lasse ich es auch in Zukunft darauf hinauslaufen, dass wenn ich keine Lust mehr habe, ein Spiel zu spielen, dass ich es dann einfach auslaufen lasse, vielleicht auch manchmal ohne Abschlussvideo, weil man sich ja vielleicht die Möglichkeit offen halten will, da nochmal weiterzumachen. Beispiel, äh, RimWorld, naja RimWorld ist ein schlechtes Beispiel, nehmen wir, äh, nehmen wir irgendein Spiel, ich spiele das, ich mache 20 Folgen und denke mir so, jetzt könntest du eigentlich auch mal was anderes zeigen oder jetzt möchte ich unbedingt was anderes zeigen, weil es gerade aktuell neu ist und es die Leute vielleicht, also euch interessiert, dann höre ich einfach auf mit dem anderen Let's Play. Wenn ich da sowieso keine Lust mehr zu habe, mache ich da eine Pause und ob ich dann irgendwann dahin zurückkehre und das Let's Play weiterführe oder nicht, das ist ja dann völlig offen. Also von daher keine Unterscheidung mehr und so ein bisschen, ja, lascheres, laxeres Handhabung, äh, ja, ob jetzt ein Let's Play zu Ende ist oder nicht. Also wenn ein Let's Play definitiv zu Ende ist, das kann man an RimWorld zum Beispiel gut beziffern, äh, das Raumschiff gestartet ist, ist das Let's Play zu Ende, also wenn ihr seht, ist es durchgespielt, dann ist es durchgespielt. Aber bei so offen endenden Spielen, da kann es dann halt sein, dass dann einfach auch mal Schluss ist. So, wenn ich das vorher weiß, dann sage ich das auch, aber es kann auch einfach sein, dass ich dann eine Folge aufnehme und in der nächsten Woche sage, oah, jetzt hast du da keine Lust mehr drauf, mach mal was anderes. So, ja, dann, äh, das nächste Thema, äh, der nächste Punkt, so viele Kommentare habe ich geschrieben. Es ist, ähm, es ist ja so, dass ich alle Kommentare lese, daran ändert sich bei mir auch definitiv nichts. Ich bekomme jeden Kommentar auf dem Handy alarmiert und, ähm, gucke abends sowieso immer nochmal rein, ob ich irgendwas übersehen habe. Also die Kommentare, die ihr schreibt, entgehen mir nicht, ich lese sie wirklich alle. Aber ich stelle immer mehr fest, dass ich nicht mehr auf alle Kommentare antworten kann. Der Kanal ist jetzt immerhin schon bei 3000 Leuten, also fast, das Jubiläum ist noch nicht durch. Aber es sind halt eben so viele Leute, dass auch die Anzahl der Kommentare halt natürlich zunimmt. Und ich kann wirklich nicht mehr alles beantworten. Ähm, wenn ich hier und da mal einen Kommentar drunter schreibe, auf irgendwas antworte, dann, ähm, dann ist das so und dann, äh, mache ich das auch gerne. Aber ich schaffe nicht mehr alles zu beantworten. Bitte habt da Verständnis für. Als ich noch 200 Abonnenten hatte, da galt bei mir, ich beantworte jeden Kommentar und das habe ich auch so gehandhabt. Das kann ich einfach nicht mehr. Müsst ihr bitte verstehen. Ähm, große YouTube-Kanäle, ähm, mit, äh, zehntausenden Abonnenten. Äh, da sieht man in den Kommentaren auch fast gar nichts mehr vom YouTuber. Das ist völlig normal, weil die Masse einfach dann zu groß ist, als dass man überall was zu schreiben kann. Ich versuche nach wie vor, wie gesagt, Stellung zu nehmen zu wichtigen Dingen. Oder mich auch natürlich zu bedanken für Lob und sowas alles. Selbst gehört natürlich zum guten Benehmen auch dazu. Aber wenn ich nicht mehr alles einzeln kommentiere, bitte nehmt's mir da nicht übel. So, dann kommen wir jetzt zu den laufenden Projekten und zum Ausblick. Denn, äh, ja, heute ist ja Mitteln, nein, heute ist Donnerstag und, ähm, ich hab im Insider-Chat auf dem Discord-Server, äh, Link übrigens unten in der Videobeschreibung dazu, ähm, gefragt, auf welches Let's Play ihr denn am meisten Spaß hättet. Und ich hab das einfach mal so als Umfrage gestartet für Insider-Only. Was das ist, bitte auch auf dem Discord fragen. Ähm, das, äh, hab ich versuchsweise gemacht. Und ich hab mich an die, ähm, Abstimmung jetzt nicht, äh, besonders gebunden gefühlt, weil ich einfach nur mal reinhören wollte, was denn so die Stimmungslage ist. Aber dann hab ich mir gesagt, ist auch Blödsinn, wenn du schon fragst, dann musst du auch was daraus machen. Und von daher hab ich jetzt, ähm, entschieden, dass ein neues Let's Play kommt, das den Umfrageergebnissen aus dieser Umfrage gerecht wird. Läuft dann ab nächste Woche Mittwoch die erste Folge. Ähm, und ich bin schon ganz gespannt, wie es bei euch ankommt. Ich verrate es jetzt natürlich noch nicht. Die Insider, ne, die können auf dem Discord-Channel ja sehen, auf dem Discord-Server ja in dem Kanal ja sehen, äh, was die meisten Stimmen bekommen hat. Und da zwei gleich auffliegen, bleibt immer noch ein bisschen Rest und Sicherheit. Von daher ist es noch ein bisschen spannend auch für euch. So, und, äh, ja, natürlich, ähm, RimWorld und Darkest Dungeon, äh, nein, Darkest Dungeon läuft jetzt aus. Mit Folge 8 kommt am Sonntag die letzte Folge. Ich hab auch schon einige von euch gelesen, die das sehr schade finden. Ich möchte dazu gerne noch was sagen. Natürlich ist es schade, wenn ein Let's Play endet. Ähm, Darkest Dungeon war von vornherein als Kurz-Let's Play ausgezeichnet. Was es ja jetzt auf meinem Kanal gar nicht mehr gibt. Und, ähm, das, das war halt nicht auf viele Folgen ausgelegt. Weil man kann da sehr lange, ähm, Zeit drin verbringen in diesem Spiel. Es macht auch sehr viel Spaß, äh, dass ich es jetzt aufhöre zu spielen, hat einfach den Grund, dass es mir persönlich momentan nicht so viel Spaß macht. Ich spiele lieber andere Dinge derzeit. Und da meine Freizeit halt eben spärlich ist, da ich Familienmensch und auch noch berufstätig bin, ähm, muss ich halt eben das spielen, was mir Spaß macht. Und nicht so sehr das, was ich jetzt so unbedingt auch gerne gesehen würde. Ähm, ich, ich sag einfach mal so, äh, vielleicht komm ich irgendwann nochmal auf Darkest Dungeon zurück. Aber das ist eher so mit einem ganz kleinen oder sogar großen Fragezeichen zu sehen. In der Regel ist, wenn ich ein Spiel beende, äh, bin ich dann auch durch damit auf dem Kanal. Es gibt so Kandidaten, zu denen man zurückkehrt, ähm, wo man auch dann im Video schon sagt, wir gucken uns das nochmal an, wenn's weiter ist. Aber, äh, Darkest Dungeon, äh, gehört jetzt nicht dazu. So, nochmal, schönes Spiel. Ich möchte nicht, dass das in den falschen Hals kommt. Das ist wirklich ein gutes Spiel und, äh, ich spiele es auch gerne, nur im Moment halt eben nicht so und darum kommt jetzt halt was Neues. So, dann, äh, aber weiter zu RimWorld. Das läuft ja momentan in Alpha 17. Wir sind derzeit bei Folge 30, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und, ja, macht Spaß. Wird natürlich zu Ende gespielt, keine Frage. Ich weiß nicht, ob wir uns in diesem Durchgang alle Features angucken können. Diese Karawanengeschichte und so, da hab ich immer noch ein leichtes Fragezeichen im Kopf zu. Äh, nicht, weil ich mich frage, ähm, wie das geht, das weiß ich sehr wohl, sondern weil für mich in dem Spiel immer noch nicht so der, der Sinn oder die Notwendigkeit für Karawanen klar geworden ist. Vielleicht, äh, macht der Entwickler da irgendwann nochmal ein paar Schritte, die Karawanen tatsächlich zwingend notwendig machen. Im Moment ist das aber aus meiner Sicht noch nicht der Fall. Ich weiß daher nicht, ob ich sie zeige, ob ich sie mache. Ist für mich auch eher ein Spielfeature, dass ich nicht so gerne spiele. Ich mag die Kolonie zu bauen, ich mag, äh, das Raumschiff dann zu bauen und zu gewinnen oder auch zu verlieren. Das kann auch passieren. Karawanen, naja. Dafür hab ich das Spiel damals nicht gekauft. Das gab's nämlich damals noch nicht. So, dann weiter mit Endless Space 2. Das spielen wir auch bis zum Ende. Sieht danach aus, als ob wir gewinnen könnten. Naja, aber, äh, ist halt auch noch nicht ganz raus. Wird also weiter spannend bleiben. Faktorio, Let's Play Together mit, äh, Groda und Hawk läuft ebenfalls weiter. Da wissen wir noch nicht, wie lange wir spielen. Das ist einfach so ein offenes Ding. Kann jederzeit zu Ende sein. Kann aber auch noch eine ganze Weile laufen. So, und damit bin ich raus für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören, besser gesagt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen zum Kanalupdate oder zu bestimmten Videos oder einfach euch austauschen möchtet, macht das gerne hier unter diesem Video in den Kommentaren oder kommt einfach auf den Discord-Server. Der Link ist, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mit mir und anderen Zuschauern euch austauschen, gemeinsam chatten und es ist auch ein Voice-Chat dabei. Wer das mag, ich persönlich eher nicht so. Aber, ne, vielleicht ergibt sich ja mal das eine oder andere Gespräch. Dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Doc. Ciao.